Ehhhhhhhhh D34WL Ja moin Ok Digger der war gut und ich würde sagen wir sucht ein paar Dude runden also da hätte ich jetzt Bock drauf und einfach dann machen wir es aus dem Wohren na ok Digger Ich Digger wenn ihr jetzt sehen wollt wie ich von dem zerstört wird dann bleibt dran mir guckt sowieso keine Sau zu BANANA! hallo was ist es für die ball aber was ist für ein ort was ist das für die ball war noch nach meinem gesicht guck jetzt mein gesicht und guck jetzt mein gewiss jungen ich hab gott voll mitgelacht obwohl sich mal witzig war und was für gruppen kann er mache krepp erlaubt kaum nämlich mit dem skype ich hab so gut wala habibi ordentlich mit dem seger der schöne bett du weißt du weißt du geiler hund den duben schrilli gesungen willkommen oh mein gott da steht einfach sieben endet in 20 stunden jungen ich bin so und du kannst einfach nicht beim live mit dabei sein sei ruhig digger ich guck ich lade ich guck's mir einfach am nächsten tag an da kommt ja noch an dem abend glaube ich die neue map oder mhm mhm also mein gott ich hab jetzt auch den ladebildschirm oh man das wird so traurig ich würde den weinemode machen wenn ich dabei wäre wenn sich der battle bus verabschiedet nach 10 sie sind guck mir einfach zu guck mir einfach zu guck mir einfach zu ich schick dir dann den gucke ey guck mal ne ich kann ich muss ich kann ja nur bis 19 Uhr handy ja warum ja warum was da ist das war normal gar nichts ey digger ich find's traurig nach 10 sie sind verabschiedet sich der battle bus der hat uns tausendmal von der insel auf die map gebracht und jetzt verabschiedet er sich also ich kann gar nicht tollen nein der bett der battle bus wird zerstört weil die fliehen ja da bei gott vom city und dann crashen die irgendwie zusammen und so und was kommt was passiert dann ja lass mich doch mal reden heißt die crashen zusammen und irgendwie werden die den stempel des singes es waren ja zwei busse heißt es gibt noch einen anderen so von dem wir nie was wussten weißt du willkommen willkommen du bist so dumm ne du bist so dumm was für willkommen Spaß pass noch auf warte oha here we go boys here we go ne spiel spiel wir blaue pomme hallo spiel wir hallo spiel wir hallo spiel wir bist ja auch der base bra du wirst gebannt wenn du das machst ja weißt du wegen copyright wegen was copyright in copyright musik ja ok gut wenn du gebannt bist dann kannst du keinen live stream machen ich wurde schon mal gebannt hallo spiel wir blaue pump blaue mp oder spiel wir blaue pump ska ich spiel blaue pump heavy sniper nein blaue pump oder mit goldene ska oder blaue pump mit blaue mp ich bin mit gold ist da ich bin mit gold als da also blaue pamp und gold ist gar und ne goldene heavy nein ohne heavy wir machen immer nur mit zwei waffen dann nämlich die Nein, entweder Blaupump und Ska oder Blaupump und Ska. Alter, guck mal her, sie packt alles. Äh, na, siehst du's? Siehst du's? Ja, spielst du jetzt mit Blaupump-MP oder spielst du mit Blaupump? Ich kann so nicht spielen, wenn da irgendwas rum ist, aber... Hallo, spielst du jetzt mit... Spielst du, doch wir machen jetzt nicht so einen als wir mal richtig. Also spielst du mit Blaupump und Ska. Ja. Okay, komm jetzt. Soll ich ja die Pult einsammeln. Can't do the dark. If you see. Hör doch mal auf, jetzt. Ich will nur meine L2-Spam üben. So funktioniert keine L2. Einunddreißiger. Junge, aber guck mal, wenigstens treffe ich dich nicht, Junge. Junge, jetzt lass mal richtiges 1 gegen 1 machen. Wir kommen doch mal. Ja, Junge, ich kann eh wieder respawn. Nee, komm, probier die. Ich versuch dich zu kennen. Ich versuch dich doch zu kennen. Ich versuch dich doch zu kennen. Und jetzt gehst du die 1 gegen 1 Pult da, Junge, du fachst mich ab. Ja, du ja auch nicht. Als ob. Hä, was ist das für Buckets gibt's hier schon diese Batman Enterhaken? Ja, Junge, ist doch egal, komm jetzt einfach. Ja, Jupp. Leg den Batman Enterhaken weg. Ich hab kein. Natürlich, du hast ihn grad aufgenommen. Oh Mann. Darf ich dir nicht benutzen? Nein. Breit? Ja. Hä, du hast nur eine Rampe platziert oder am Anfang 2? Schweine. Schweine. Gebot. Piss dich all dir. Oh Junge. Aber okay. Aber ey, ich hab dir sauberen 100er gegeben. Gib zu. Hab jetzt sauber. Wir machen wir erstmal 3 so und dann machen wir 3 Ernste. Ja, nee, wir spielen jetzt schon ein paar so. Ja, okay. Und dann machen wir nicht nur 3, sondern ein paar. Das ich schneller zu dir komm, nehme ich jetzt ja den Greifer. Nein, du kannst doch einfach so machen hier, guck. Oh fuck, nicht klappt. Du weißt, mach einfach diese. Let's go. Hey nein, das geht doch noch nicht los, Junge. Ja Junge, mach mal keine Faxen. Hör auf zu boxen. Hör auf zu boxen. Lass dir lieber ein paar Haare am Sack wachsen. Haaaah. Oh, ich hab mir... Oh ja. Komm, liegt der... Ja, geht! Ich hie die Tür auf. Ich hie die Tür auf. Na Junge, zu blöd. Ja, geht's rüber. Wow. Zwei Rampen und dann kannst du nichts machen. Ohne runterschießen. Bau dich ruhig hoch. Ist alles, was du kannst. Ne. Äh, ja, wir die Enterhark benutzen. Du kannst auch ein benutzen, wenn du willst. Schöne, schön! What the fuck. Ah. Ja, ist ja komplett unfair. Hey Junge, lauer. Hör auf zu boxen. Hör auf zu boxen. Lass in die Bar. Okay, ich könnte dich jetzt eigentlich holen. Hey, ich hab 20 a p. Ja, ich würde dich auch dick eixen. Komm noch runter. Ja, ich kann nicht bauen. Ich hab's ja runtergebaut. dass er in enthalten ich kann ich jetzt doch ich habe mein gott kann ich jetzt ich wollte die nächsten ja natürlich kann zu bauen ich hab ich nur runter geschossen aber leise enttet mit den enttaten zweitungen das auch einnehmen kommen bruder bin ich voll geil um erhört zu boxen auf zu boxen was für boxen der leute ja irgendwie gut ja du kennst den niemanden nicht nur mit bis heute so ort autos und da irgendwie hat doch nur auf dich guckt ah ja ja aber nicht reffener warmen kommen bett mit genau rein sogar schwarz kommt ich ich will mit grauer herriger eifol in oh mein gott wenn ich dir jetzt wenn ich sich jetzt kürzer oh um ready ja let's let go wie du die runtergeflogen verdammt 8 jährige und bis hier bis zu hoch hm ha 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 herr junge kummer kommt noch runter junge was zwar deren loser muss ja okay das gilt ja okay und jetzt mit Trauer was feierst du dich jetzt so ab nur weil Trauer AR ja toll kann ich wow freut mich so irgendwie wie du immer so aus was ist Sandro 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 er guckt mein Little Pony an hier das er macht ihn was oh der war so geil er guckt mein Little Pony an ja okay mein Little Pony mein Aldi Pony mein Rewe Pony was noch reicht dann bereit voila spaß ok bereit ja bereit ja jo du bist du bist ehrenlos mit spaß komm ich fang an ok komm ich versuche zu noscopen ja komm mit welcher als ob du jetzt die Sniper hast fertig cozt und was gibt es hier noch für leckerli werfen wer hat gesagt dass du dir jetzt noch eine nehmen darf aber alles Spaß hat an dem aber wir gehen hier rüber oh mein Gott ein grün ist Infantriegebernetzgau nehme ich mir ja auch und natürlich auch diese bett exklusiv bedrangs alle Hände ja ihr Fragen ja nur um hier so ein bisschen Lot zu suchen wir haben eine Minute Zeit uns Lot zu suchen let's go dürfen wir auch diese m explosiven Ranks nehmen nein die richtiger das alles aus der exklusiven und als Schrottriss halt auch bildet oder oder ja komm komm das nutzen ok oh das ist hier sauf packs alter die sind sogar noch wichtiger not die not die 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 ... die ... weil ich hier wieder wegschießt junge doch mal auf damit du bist so irrenlos lass doch mal und jetzt machst du ja ich bin dich lass es jetzt und so schlechter junger war auch mein gott die wer genau bei denen landet wird auf jetzt er hat dort mit granaten weiter japaner schießen ja pech dann auch oft mit meinem busch wegzuschneiden heute kann ich dann muss meine p4 kommen halt dann noch mal und hat ein bau und zu können ja halt ein bau und und überheiß eine minu zwei weine und ich habe mir noch schon warte da liegt eine gute gute wahl die mitzunehmen da kann man schöne trickshots mit er wie viel kitz hast du jetzt eigentlich so außer die 2 außer die 2 response ist krass auf jeden fall ich habe ich aber noch gekillt ich habe mich mit ausgabe ich will nein ja scheiße das hat jetzt was gebracht ich wollte eigentlich diese bogeybombe werden die bombe dinger sprachen werden er mir lehrt sprachen sollte die babbel babbel sollte sprachen werden sollen mit babbel ab jetzt was machst du so war es so besser ab jetzt was machst du so war es so besser was für sie besser als ob so wie ich werde ich treffe hat ein bachchen und ich liegt schlecht ja mal treffen ich mache silvester sprachen sollen gebabbelt sein die hätte dich so gebabbelt junge die ist an die abgesprung der diga was machst du es geht nicht weiter aber du schießt der hund koppel große eier kapital ist ihr arzt stopp der diga verkauft das tasch du bist dumm wie nun ich sagte spitz mit grauer jetzt spielt man auf einmal mit gar was das für eine logik ich habe ich habe gesagt wir haben eine minuzeit sachen zu suchen jetzt kommt jetzt mal bericht oder soll wir einfach direkt weitermachen wenn wir uns sehen jawohl der diga verkauft das tasch ob es ist jetzt schaffte nein ich will es einfach mit der skar gut oder gg wirft das nicht geholt einmal wenn man es richtig wenn man es richtig nimmt dann ja aber aber das ist jetzt die streiten und gilt okay habe ich ja nicht genug was angefangen seit drei seit drei der lukas der erlaublich oma ruf lukas zu hause an und sagt er soll mir nicht so bautografische bildchen stecken hh hh und was hat meine oma damals gesagt der geholt bin ich voll ja ich habe die nummer blockiert also wenn du ich habe der schockiert aber wir gedacht er ruft aus dem wald lasse und singen muss springen ich bin könig ich muss ihn jetzt bald oh nein wo ist sie sein maut wo ist der maut wo ist der maut äh äh zu wild zu wild wo ist der der diga verkauft das tasch oh der steppt bei der elefant diga oh schön aus dem yoga unterricht gekommen oh stehe ich erstmal wieder in der zeitung wegen mord Prozent 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 und da ist er den ich habe so viel überheber ich will nicht der Kippe auch weiter geht auf der Bewegte der Tümer der Steppenbörde die nicht mit sich mit ich auch nicht ja die Gefahr auf das Tasch sch ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin verträge wäre ich glaube so langsam nahm mal kommt hier muss die kauf das das und die fahrt bis alle ich weiß da war richtig smooth sogar da soll ich mal richtig great quick den lassen wir so richtig ist lassen wir so trainieren junge die lassen wir so eins gegen also ihr kriegst mir jetzt im endgame okay du siehst mich jetzt soll ich ich glaube ich jetzt schon so ein und du tust auf bord also du brauchst dich ein und baust halt immer wände dagegen und so wie jeder bord und ich will dich halt so trocken wahrscheinlich muss schon meine mord suchen wo habe ich den jetzt habe ich jetzt nicht mal schnell schottel ich mache eigentlich kommt schon ich muss ja mein ding im mord suchen meinten ja natürlich ein du bist ein bord ein bord hätte sich eingetört was kann er der ist ja scheiße der bot nur wende dagegen so ein wort kommen komm mal er ist er hat der wand gedrückt oder oh mein gott dein bord ist das alte der dicker verkauft das komm so flussig der war auch von mir gerade die Fakil ausgubt gedrückt hat er bei uns hat er geblieben kredite die jungen geblockt hier man schweigstuhlte aber noch ein wixer ich drücke halt so langsam nigger du drehst dich so ne okay komm jetzt mach auf schwitzer jetzt macht machst du richtig auf schwitzen ich bin aber kein schwitzer sagt jetzt nix falsches natürlich bist du ein schwitzer du hast 3 1 milliarden so lohnt ja klar aber natürlich den vier binne über drei passiere junge und die tüte 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 zehn abend von fortwärtsspielern der troller das hasch 3 3 4 Jungen E-Komm ich hab keinen Bock mehr Lassen wir weiter in der Bordelung der Scheiß-Wand alter haben und und den 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 da kommt hier das nicht in Ruhe wenn ich jetzt geht es der gar ich auf weil ich besonderlich wir kommen wieder der Mutter ist der Farbe haben und zwar aber Lama Lass mich in Ruhe ich hab gedacht die macht weniger damage ja ich hab kommen Kontrolle zu stürzen einfach ruhig okay der war schon bewusst das ist einfach in Ruhe wenn ich sag ich steig das machst du ne komm der muss drauf fahren weil er im Hort klar ist da auf erder aus ganz ehrlich machen wir ab jetzt ohne pg x so ja ab jetzt ohne pg x wird der matron das ist ja aber warum macht es irgendwie sind nein nein da kommt ja chill bitte chill doch einfach jungen chill doch einfach ne komm darf ich mich bitte schnell wieder hoch hier bitte weil ich will was ausversuchen ne mal auf jetzt wenn du mich jetzt tot alter was willst du machen nix junge einfach meine waffen nachladen warum baust du jetzt schon wieder weil ich fertig bin ach so und was willst du jetzt ausprobieren chill chill pommes komm runter ja okay warte doch nicht runter kommen ha los doch ich wäre runter gekommen gehe nochmal runter ich komme jetzt auch unten ok ok komm ich komme ok komm ich komme aufzulachen also 2 also 2 also 2 ja 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 guck das ist ich halte es ist du hast gesagt du hast die 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 leck die die das hat so das das erst mal runter herr komm mal runter wer hat eigentlich vor gesagt dass wir mit hier machen da kommt die dritte sie zu nach tourette aus und noch sieben als ob schweiz 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 aber bei mir ist das halt weil ich so ich werde männlich ich hab ohne er hat nur du kannst einfach mehr Behinderung Euro Jochen guck für euch auch mal dich an Spaß I go my pee pee bin schon da ich bin schon erstmal ein Lagerfeuer gehören hier ne du weißt um voll zu heulen wenn ich jetzt irgendwie ich muss mir sicher gehen ich muss mir sicher gehen was ich jetzt mit dir mach grenzt schon an Vergewaltigung oh ja was ich jetzt mit dir mach grenzt schon an einem nicen Jagdgewehrschuss in dein Fressel komm pick doch ja ich auch klasse hast du damit drauf gewartet als ich aufschieß jetzt ja 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 hab ich hab ich hab ich oh nice gg ja man ist einfach der Kiel war köstlich schmächtlich einfach geil war köstlich schmächtlich leider deutsch Digga auf das Asch soll ich sagen was auch geht ich hab hier ein 0 4 27 bis 38 ja ping digga was für ein ping hast du ich hab äh 0 ping ach komm ja benutzt halt den pump digga er benutzt pump digga ja dürfen wir ja nur weil du komm komm ne 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 alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut dann können wir auch die wafer spielen ja spiel all dein Jagdgewehr oder nein Infanteriengewehr oder weiß ich was dürfen wir auch diese wafer spielen dürfen wir auch die hier spielen ja so die ich bin und das hier ja gut dann würde ich nicht ich wollte fragen wer ist Tim deine Mutter ich würde klackt da ohne runterschießen mach ich auch nicht er guckt ne überhaupt nicht du bist ja nicht mal runtergefallen und verliebt und rum alle klar ein aber du wolltest du wolltest ey wie sind meine 90s geworden scheiße geil ey ja was schon sagen gerade ich sag doch scheißegal digge halt mal zu komm mal ja er hat doch wollte gerade gesagt wollte schon sagen komm doch runter komm runter warum wer schreibt ja komm doch war der knapp junger was ist kommt schriftliche spiel die nicht digga blaue pappen schritt ja komm ja komm ja komm ja komm komm ja komm du wirst du wirst du wirst ich halte ich mach dir sogar ein fenster der fenster schieb ich mir zweimal den arsch rein ne schießt doch es wird gesund sein soll schießen weil ich wollte ja alles ab alter hunde so weiter oh der schmecke dich mag ich schmuck jungen was für schmuck alter wie montana black aber ich ist aber ich ist vor allem alles klar wiederkommen wann macht den Hexer sich dort dann können wir auch die Waffe spielen Junge dann können wir ja auch diese Waffe hier spielen ich bin gleich gar nix mehr auch nur 10 vor Junge ich bin ja nicht mal bereit aber du klar huhrsohn piek doch piek doch los bist du alter oh komm komm dann spiel ich die Waffe jetzt auch welche hier hör auf und schießen hör auf und schießen hör auf und schießen ich hab auch nicht runter geschossen noch mal auf hier ne komm lieber lassen wir uns du brauchst immer rum wenn man sich einfach runter schießt oh ja oh Junge oh Junge ja ich täuscht doch grad an Digga wer was grad aus ich täuscht nur an mach halt so oh du ja komm was willst du nur machen nicht ficken ne man vergeben also ehrenlos müssen wir es hier nicht mehr abnoten du Arschloch ach lass mal gleich Dauntless spielen ich bin jetzt nicht gleich nichts mehr mit dir, wenn du so ehrenlos spielst. Du spielst ehrenlos, du nimmst Kammschroflinte, du spielst nur Hübsch. Kehr du duherste Jahr, was willst du, was spielst du, blaue Pamm, blaue Pamm, deswegen ich glaube nicht, du bist so witzig, du bist so, dass es sich so künftig und alle wachsen und unschehen. Was ist ein Konrad? Nei, nein, nein. Sollte Börde 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 Boreina von Julien. Besser, wie du dein. D.L. Gold, hier gibt es noch mal. D.L. Gold und chancenlang. Ich fühle mich gemobbt. Ja, Digga. auch ich bin schon ja auch als gepackt X ja heute noch sicher war ja auch mal richtig weil es so gut war und zwar erstellt und in der Welt zurückgelaufen es war schon küsse sparen es ist und so jetzt schreibt ich dich HAAA du Hunde, Bauter, pass auf! Hätte ich nicht, hätte ich nicht troppen können! Das war die Falle! Junge, das geht schon! Der Ding hat verkauft! Schill! Stopp! 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 muss das loswerden ich musste ich musste dich loswerden es war eine zu große gefahr für die gorillas in asien er hat sie lassen sie die fahrräder in ihren wohnungen hier und los sein soviel ohne unterschiedliche geboren unterstärkend spas vorweist auch den 1 nackt er hätte die fassen hätte gegeben die ich könnte natürlich nicht schießen Hau 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 oxygen er hat sich nicht mehr zeigen und umsetzen zu sehen und nur 10 vor das ist groß ja macht doch guck mal nach der fahre da hat er mehr da hat er seine ganzen wohl was er gebaut hat guck mal heftig oder der kurs aber auch mehr zu kommen da er die paramede davor aus hat und die in die leistung und bei der alter wenn ich die jetzt külge der jungen als stück der die und sagt ja immer kaum und ein ein also macht auch mal ein richtiges battle wieder wieder immer ab wie so eine Kursi den Garnspunkt die Flasche Bordi und ich bin jetzt klar Kao und auch Kaba Kau war erfreut das war ich was da Kora wird die beiden freundlich einmal Arnie Kills hast du hatte und tut doch man sich die Wiese aus und hat auch ein Fresse als ich ja kann man schießen hat ja ich hab doch nur gebraten gilt so aus hat er er hat doch gerade echt er will sich mal anbauen das dort sagt doch wie viel kürzelt aus oder muss nicht mehr sehen also acht auch was für acht zweiter ja ich hab zweimal gericht und ich hab acht kürz aber der andere schon aus spaß und spaß ich gebe dir kein skala sommer so spät er lass mal gleich da und los ob er kopf das gehen ja komm was anderes kannst du nicht der traurig junge rede doch jetzt junge fahrt will ich abrede doch jetzt zusammenbauen muss weil du keine abfacke mich so dermaßen den geld wenn du keine andere hobbys hast junge wenn du mich jetzt gilt ich war bei gott egal halt der mutter feier kommt jetzt lass mal den spielen ich bin ja ich bin ja ich bin ja kein wunder warum sonst wo sagt du sollst du spielen ja ja aber du ja ich schon hat er wirklich das ist ja auch sie nehmen sonst kommen sonst kommen die russkreuz auf leite neid das konzip sonst kommt der ganzen nein dieser bunsenbrenner da ja 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 immer immer wenn der scheißen geht junge ein schönes lagerfeuer für uns ich mach wirklich nix aber lass gleich mal da und los irgendwie irgendwie erinnert mich dass das bild irgendwie an mann pass auf, wie es aussieht damit geil, geil, neun, 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 oh, das ist jetzt geholt, Digga, aber noch mal, ich will, 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 ich habe auch 13 Lagerfeuer ich habe 8 Hattappen das ist jetzt verbunden sind er hat die Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung nehmen wir haben dort sehr herr 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 er herr aus Schüchel ist schon sehr wüsst du siehe erinnert ja ahja Junge, was ist es? Dein Vater heißt der so eine Frage, hast du überhaupt nen Vater? ja wenn ja, killst du mich jetzt, wenn nein, kill ich ich okay Digga, also du hast keinen bis jetzt? hey komm, was machst du da? wie gesagt, okay du hast keinen? hä? ich habe gesagt, wenn du mich killst, hast du keinen, wenn ich dich genau, nein Digga, 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 was ist? aber ich habe ja ein, also das war es, du hast kein Alter komm, das heißt, es ist ein Junge, ich habe Bock, habe ich nicht mehr drauf, ich musste löschen wie gesagt wegen Sandro, weil ich weiß, ob 16 sind, ich darf sich spielen wenn er mich verarschen, die Gossen, hätte ich mir 2000 V-Box gut Sandro, dieser der Digga verkauft das Tasche